Ich sag euch, wir haben jetzt ein Video, was ganz anders schiebt. Und zwar ist es das Video, als Sascha und ich zusammen in Riga waren. Finale. Letzter Job. Minus 10 Grad. Wir sind irgendwo in Riga. Wo ist Nico? Ja, der ist nicht da. Ja, jetzt müsst ihr diesen Emote machen, wo der Kopf sich so dreht. Der passt jetzt. Warum ist es so? Danger, keep out. Es ist auch immer noch Halloween hier. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Sascha. Nice to meet you. Ja, Mara hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Also normal einfach. Vom ersten Eindruck hast du keine Ahnung, was auf dich zukommt bei Mara. What do you think you're going to do today from this location? What do you think it is? Ja, was macht man in der Bar? Hopefully not a bartender. You want to be a bartender. Okay. You will do something related to a musical genre, which is metal. Do you listen to metal? No, no. Mit metal habe ich keine Begründungspunkte. Gibt es hier irgendwelche Mettler im Chat? Brezel ohne Butter. In welchem Universum ist das eine fucking Brezel, bro. Ein paar Mettler sind da. Also nie in meinem Leben gehabt. Ich höre gerne mal so 80er. Auch so von meinem Dad-Musik. Aber Metal ist jetzt bei mir nicht im Alltag integriert. You will write lyrics for a metal song. I have prepared you a metal song. And you will write some nice lyrics. I mean, not nice. It has to be ugly. Not in German, in English. In English, exactly. Yeah. So we will have a very international audience. Damit Grant das halt auch wahrscheinlich versteht, oder? Warum auch auf Deutsch? Ich mache ja auch meine Videos hauptsächlich auf Englisch. Das macht Sinn. Habt ihr euch mal wieder gut überlegt. Ihr zwei. Wenn ich die nicht performen muss, ist ja eigentlich alles egal. Schreiben ist ja eigentlich kein Problem. Willst du die Song hören? Yes, please. Awesome. So that's your song. And the song has to be ugly, right? Sorry? The song has to be ugly. The lyrics. Yeah, I'll tell you about some ideas, you know, for that. So it's not possible to write something about friendship. Where's Nico, by the way, talking about friendship? Ähm, can I talk? Yes. Where's Nico? I think he's a little bit light. Oh no, what happened? I don't know. Zu dem Zeitpunkt, es ging eigentlich noch, hat der Nico sich verspätet um rund circa, jetzt grob geschätzt, 24 Stunden. Stimmt nicht. So war es nicht. Es war anders. Ich hatte nämlich gesagt, ich würde gerne am Tag später kommen. So, it's not possible to write something about friendship. Friendship. Well. In Maro, you usually write something you're very, very emotional about. And usually, these are like ugly emotions, like a protest, you know, anger, frustrations that you have inside. Ja, sie meinte ja, es müssen, die Lyrics sollen dunkel sein, ein bisschen, man soll Wut haben, man soll sich über irgendwie was ein bisschen beschweren. Und da habe ich im ersten Moment an die Schule gedacht, weil ich halt auch weiß, wenn mein Freund Nico da ist, der wird vielleicht auch gerne mal was über die Schule loswerden. So, let's go to the writing. So, you have to hear the intro. So, this is the intro. So, nothing. Nothing there. Empty space. Yeah. Two, three, three, four. One, two, 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 three, four. But then, imagine, keep in mind that someone would have to sing the song, so we keep it very simple. What comes to your mind as the first line? Maybe something like first lesson math, something like that. First lesson is math, yeah, like that. Yeah, something like that. Write it down. That's really fucked up. Yeah. First lesson is math, because we needed something on the beat. Als sie da zu zweit waren, schien mir ja noch alles relativ normal zu sein. First lesson is a math. Perfect. First lesson is a math. Heißt das nicht, first lesson is math? Man sagt ja nicht, die erste Stunde ist ein Mathe. Oder? Das bin ich blöd. Oh Gott, egal. Dass du da bist, ich glaube, du bist genau der Richtige für unseren Job. Setzen Sie sich. Is this like a spiritual thing here? Ich glaube, es ist da echt so ein guter Zeitpunkt rein. Yeah, absolutely. Okay, 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 what's it about? Üble Geschichte. It's about metal music. Ey, ich sag euch, als wir diese Reaktion darauf aufgenommen haben, Sascha und ich hatten Dauerlachflash, das war geisteskrankt. Ich wollte schon nach deinem ersten Gedanken fangen, aber ich glaube, üble Geschichte passt eigentlich. Ich dachte mir, in was für eine Gruft geht ich hier gerade ein. Das hat wirklich was Gruftmäßiges gehabt. Ja, wir waren in der Gruft. Jetzt endlich zu zweit. Metal music. Do you like it? Ja, metal music, new metal, absolutely fan of. Great. Do you know Linkin Park? Sure, of course. Okay, it's very good. So, Linkin Park is very good, yeah? Ja, it's very light metal. It gets heavier. When I came in, I see the naked breasts. What's it about? Yes, well, we like women's bodies, you know, we like it for sure, naked, why not? Do you like it as well? You like it? Yes, it's a common theme, we just like it. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor. Okay guys, you missed the fun, you really missed the fun. So, Sascha explain what we've been doing. So, we have a beat, have a metal beat, and we are going to ride the pool. Hey, you really have to imagine, okay? I came there and we didn't know what we had to do. I flew to Riga for the first time in my life and asked me, Digga, what am I doing here? I'm going to sing the song on the beat. Okay, so, and where is the pain? The pain? Yeah. Is this the job? Yeah, this is the job. Is this the job? And where is the problem? There is no problem. Yeah, where is the key? Right, so you are a metal lyricist for the day, so you missed a bit of a fun because Sascha already did a really cool verse and chorus. So, we count to four. Very easy. What's the intro? Three, four, one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Ich habe gehofft, dass du jetzt den Part übernimmst. Fuck the system. Go to hell. I'm gonna ring your funeral bell. Ich glaube, ich kann das nicht verstehen, wie das, also wirklich, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie das für die Leute geil sein kann. Da haben wir unser Schicksal eigentlich schon. Bro hat zwei Jacken an. Digga, wir waren in Riga, es hat die minus 10 Grad. Was willst du von mir? So, akzeptiert? Nein. Definitiv noch nicht. Ich wusste da noch nicht, was auf uns zukommt. Back at home with my shit. Back at home with my shit. Yeah, that's it, right? Back at home with my shit. Wie findet ihr die Locke, die ich vorne hängen lassen habe? Ganz gefährlich, oder? Shit. Back at home with my shit. Montana Black, take a sit. Oh, was it Monte? No, no, I'm kidding. You're not Montana. Monte. His name is Montana Black, but the short term would be Monte. Monte. And the guy exists, for real. Yeah, I'll show you a picture of him. Really? Sure. I want to see. Oh. What do you think about him? He's pretty. Like handsome, I thought. Not pretty. You don't say pretty for Guy, right? Yeah. Handsome. I think he's pretty. Yeah, I love him. Pretty. You say to girl pretty and to Guy handsome, but he's both. Guys, the rhyme for the shit. I'm gonna quit all this shit. Life is hard. Life is hard. Bitch, I'm a quit. Was redest du? Ich weiß nicht, Digga. Wieso laber ich immer so ne Scheiße? Mhm. Was machen wir hier, Digga? Ich frag mich nicht, man. I'm smashing the needles through your brain. Yeah. Let's try them through the brain. Train? Train? I'm smashing needles through your brain and I missed the train. No. 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 Exactly. You want something really brutal? You have to follow the deeper. Yes. Okay, I'm smashing needles through your brain. Naja, ich hab jetzt halt so den Part, dass ich fertig war mit Schreiben und ich dachte halt, ich bin irgendwie durch. Was ja auch ein dummer Gedanke war. Und dann war ich halt voll dabei. Digga, setzt ihr euch mal dahin und schreibt mal so einen Text, Alter. Was willst du da erzählen, Digga? Irgendwelche komischen, geisteskranken Gedanken, Digga? Alter, das ist halt Nico. Natürlich. Nee, aber das ist gut, weil so diesen Flow zu schreiben, hat mir glaube ich schon Bock drauf. Ist ja, man macht ja nur mal im ersten Moment so... Bro, wieso sehe ich aus, als wäre ich 50 in diesem Video? So diesen Text, weißt du? Wuh, deh, deh, wuh, deh, deh. Bisschen Text drauf, hat ja jeder Bock drauf eigentlich, oder? Back at home, with my shit. Life is pain, suck my dick. No, no, the text is not inside! Aber? Ey, das sind nur deine zwei Texte, das ist ein Engel. Wie bitte? Da steht... Du mag immer hinter der Kamera... Irgendeinen lustigen Spruch gedrückt, ich hab kein Wort verstanden, Digga, dieser Fäscher-Lad. Diyus Slonances. I kurģa internata, sra grabrente, 1.12.2023, 18 Uhr, Republika Liga. Mein Traum von wir schreiben und wir sind durch, ist dann auch so langsam davon gegangen. It says, divas slavenas vācu interneta zvaigznes, two very famous internet stars, who, kuri savā dzīvē nekult kārtīgi nav iemācījušies, who in their lifetime have not learned anything, anything, kind of like anything good. Today I will present its band's first and only song. Yes, and it will happen tonight at six. Wirklich heftig, kein Bock. Also ich hab da auch extremes Lampenfieber, sag ich dir ehrlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Präsentation für euch zwei halten müsste, wo ich was vorbereiten müsste, hätte ich auch Lampenfieber. Aber wenn ich nichts vorbereiten muss, dann ist egal. Wenn du etwas startest, was spontanisch ist, dann ist es spontanisch, also wir müssen nicht vorbereiten. Nein, natürlich müssen wir uns vorbereiten. Komm. Also, damit ihr es nochmal gescheit versteht. Wirklich, das war wirklich weird, weil du kommst da an, es ist übel kalt, man ist durchfroren, man ist müde. Man ist in Riga, man kommt in diesen spirituellen Heavy Metal Rock Keller, soll einen Text schreiben und dann wird einem plötzlich gesagt, Ja, du musst jetzt diesen Text, den du gerade geschrieben hast, mit dem Beat, der da gerade am Start ist, den musst du heute Abend vor Leuten performen. Da ist dann natürlich schon so eine gewisse, so eine... Stimmung am Start. Bitte. Und da wusste ich ganz genau, da müssen ein paar Bierchen rein, sonst überlebe ich das nicht, Alter. Du musst dafür vorbereiten. Du musst dafür vorbereiten. Du musst dafür vorbereiten. Du musst. Also, wir gehen zum Training, und ich zeige euch, wie. Okay, perfekt. To do all these kind of crazy vocals. Was ist Mara überhaupt beruflich? Vocal... Was? Ey, die kann krass singen. Das war ehrtäftig. Ja, Mara ist hauptberuflich so Vocal Coach. Sie macht das, glaube ich, seit 19 Jahren oder 20 Jahren, meinte sie. Die hat dann auch was gesungen. Heftig. Kannst du für mich vielleicht ein Mal singen? Ave Maria? Natürlich. Ave Maria. In high voice? Ave Maria. Back at home with my shit. Back at home with my shit. Egal. So. Auf dem Level ist Mara. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das war ein Unterschied. Vor allem, wir haben sie ja kennengelernt. Nur in dem Zusammenhang. Dann zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon eineinhalb Stunden oder zwei Stunden da. Und auf einmal singt sie halt so. I saw you both. You can already do the sound. But the question is, how long will you last? Because with these types of Vocals, you can already do the sound. It's like the first verse and you can be done. So extreme Vocals require a great skill set. So a lot of times people, when they hear metal vocals, they just think it's some kind of random yelling. Like you drive a car, you're stupid, you bastard, you know. But that's not what it is. And you cannot last long. Right? You cannot do the whole song. So the first exercise. I wanna spit on this tit. Morfogger700. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. What we will do today, it's called heavy sigh. So it's like an old teenager. Basically like. Das ist echt, das hat sich echt gut erklärt. Macht mal so. Wenn du so ein. Und das ist es. Davon kommt diese kratzige Stimme. F**k you and the system. So ist es. This sound. Can you try? Yeah. See, you go immediately thinking about like. Genau wie ein Seufzer. Like with the body. But we do this very, very light sound. Yes. Yeah. Yeah, just. It's like a voice crack. No, not a voice crack. But like an old. I hate you. Yes. So you breathe through. Very good. Ah. 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 Und du bist drin. Das ist wie so ein Seufzer eigentlich. Ah. 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 Bei dir kommt er irgendwie aus der Hölle. Ah. 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 Nein, der Text ist nicht in der Mitte! Terrain? Ich kann dir nicht lernen, um wirklich professionell zu sein. Warum nicht? Dann würde ich keinen Job haben. Okay. Ich brauche ein Job. Understandable. Es dauert lange Zeit. So, was du kannst in einem Tag machen, ist einfach so sprechen. So. So. Die erste Lissende ist eine Methin. Die erste Lissende ist eine Methin. Mein Lehrer sieht wie eine Methin. Bro, meine Nachbarn fragen sich gerade, ob ich jetzt stecke. Bist du immer noch dran beim Häh? Wie laut, wie lang und wie oft hast du es gemacht? Häh, 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 häh. Er könnte wirklich komisch kommen, ja. As he's giving out a fucking test. Going to kill him, that will be the best. Best Dirt Monté takes my page. Ein weiterer Riff und ich werde ragen. Ich liebe die Klasse, ich liebe meine Schule. Prinzipal, such a fool. Sehr gut. Jetzt bist du. Du bist drin. Ich bin in den Lockdown, Leute. Du bist drin. Wait a sec. Wait, I'm gonna activate the engine. Bin ich drin? Du bist drin. Okay. Ich finde, dieses Abbild, was jetzt hier bei dem... Ich bin so ein Keck, Alter. ...im Texte lernen gezeigt wird, ist eigentlich sinnbildlich dafür, wie Sascha und ich durch die Schulzeit gegangen sind. Back at home, with my shit, life is pain, suck my dick, suck my dick. Monte stole my calculator, sent him down with an elevator. Monte stole my calculator, sent him down with an elevator. Do my business, hustle hard, drinking milk, smell my fart, something... Nee, I always read the something, but it's smashing. Das ist die schlechteste Lernsituation, die man sich macht. Ich bin so schlecht bei sowas. Aber nach wie vor, Niko, sein Text ist überragend. Also, dein Part ist eine glatte 10 von 10. Weißt du, was ich richtig krass fand? Sascha hat wirklich, das ist richtig ernst genommen mit dem Chat. Ja, ja, ja. Er hat sich ja wirklich hingesetzt und hat so dann diesen Text wirklich gelernt. Und es war ihm auch wichtig, dass er ihn konnte. Was mir mit der Zeit aufgefallen ist, okay, bei dieser Musikrichtung, man versteht kein Wort. Dementsprechend ist der Text sekundär. Ja, ja. Wie denkt er? Damit ihr noch ganz kurz ein bisschen versteht, wie dieser Keller aufgebaut ist. Da drin war es arschkalt, wirklich keine Heizung an. Es war düster und man wusste, man muss gleich vor irgendwelchen Mettlern, muss man da den Song performen. Das war eine sehr angenehme Situation. Ja, will ich nicht? Aber jetzt, dann ist das gut der Schatz, oder? El Luis, wie du sagst? Ja. Showtime! American Death. Wir hatten Instructions, wir haben Lyrics geschrieben. We got our voice. We got the voice practice. And now, and now, and now, and now, let's showtime. I'm so proud of him. Back at home, with my shit. Life is pain, suck my dick. Monte stole my calculator, sent him down with an elevator. Do my business, hustle hard. Drinking milk, smell my fart. Also, wenn die Lyrics nicht gut sind, weiß ich auch nicht. I'm so proud of you guys. Make me proud, I know you will. Kick their asses, break a leg. Yeah, go to church. Break a leg. So, you have to say something, or should I say something you like? Wir haben einen Songnamen, wir haben einen Song, der wird auf Spotify hochgeladen, weil wir es ja recordet haben, und unser Bandname heißt? Das war Nikos Idee. Schwäbisch Hell. Schwäbisch Hell. Der ist gut, oder? Schwäbisch Hell! Okay, guys. Das war unser Publikum. Da sind einige gekommen, wie ihr seht. Die in Riga haben nämlich mitbekommen, dass wir den Score 21 und uns im PartysTV hier den Gig haben, Alter. Und da sind unsere Fans aus Riga natürlich auch am Start gewesen. Ich habe auch am Anfang so gefragt, ey, wie soll ich dich introducen? Ladies and Gentlemen, have a good evening, bla bla. Und wie gesagt, nee, nee, bei Metal-Ding macht man das nicht so. Aber ich habe es doch gemacht. Ich sage euch, Sascha hat es echt ernst genommen. Also Sascha hat es richtig ernst genommen. Digga, du guckst da wie so ein Psycho, Digga. Ich musste. Ehrlich. Und ich sage euch auch ehrlich, ich würde es ihm auch voll abnehmen, wenn er das wirklich in echt machen würde. Sascha Hellinger. Ja, 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 genau. Ey, oh mein Gott, das hört man ja richtig gut. Oh mein Gott, wisst ihr so? Oh, oh, okay, okay. Ja, also ich muss gleich was zu meinem Auftritt sagen. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Ich habe es wirklich auch probiert, aber bei mir kommt nur sowas aus. Ja, ey, guck mal, also jetzt. Ja, also guck mal, ich sage euch ganz ehrlich, man hat halt dort vor Ort, hat man wirklich nichts verstanden von dem, was man gesagt hat. Und ich dachte so, ja Bro, als ob ich jetzt dann meinen Text aufsage. Ist ja viel zu schwierig. Ich mache einfach nur so, dass es auf den Beat passt. Aber die haben halt das Mic aufgenommen und da hört man halt, was ich da halt dann gesagt habe. Und ich habe halt tatsächlich nichts gesagt. Ja, das war nicht so. Das ist falsch zusammengeschnitten, Digga. Aber wie fandet ihr meinen Part jetzt? Ich denke auf jeden Fall, dass ich mir da ein neues Standbein aufbauen werde. Nehmt euch mal eins. Digga, Sascha, warum kann der das so gut, Digga? Guitar Hero Rank, Digga. Was hast du da gesagt? Hört ihr das? Ich grüße dann nochmal extra am Ende euch beide. Als Abschluss und danke für alles. Ah, stimmt. Fuck Mark. Und fuck Leander. Fuck Mark, fuck Leander, fuck Leander, fuck Leander, fuck Leander, fuck Leander, fuck Leander. Ja, da habe ich schon auf jeden Fall einen heftigen Auftritt hingelegt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich das so gut performen kann. Wir haben hier noch eine große Herausforderung, die heute Abend performen wird, einer der besten Songs, die wir jemals hören werden. Bon Jovi. Klaas. Okay, okay. Peter Gabriel. Nein. Okay, gut. Ihr Name, bitte bitte ein bisschen, bitte ein Geräusch für Mala. Leute, ich habe gar kein Problem damit. Ich war schon immer schlecht in der Schule. Ich war schon immer schlecht mit Sachen auswendig lernen. Ich stehe dazu, dass ich einfach zu dumm dafür bin. Mara war sehr korrekt. Wie hart gehe ich jetzt rein? Aber ey, das finde ich zum Beispiel ganz geil. Ja, okay, das ist wieder nicht so. Aber diese Gitarrenakkorde fand ich ganz geil. Also diese Art von Tanz habe ich auch dann mitgemacht, aber ich habe das nicht verstanden. Also wirklich, ich bin ja immer so, dass ich sage, ey, man muss sich öffnen für neue Dinge und so, aber ich habe das nicht verstanden. Was soll das bringen? Wieso rennt, also man rennt einfach aufeinander zu und man schubst sich so gegenseitig und so. Und das ist dann halt Dancing halt. Oder wie heißt das Moshpit? Geht nicht in meinen Kopf rein. Aber wenn andere Leute das enjoyen, sollen die es ja machen. Einer hat gerade geschrieben, Aggressionen rauslassen. Also Bro, meine Aggressionen würde ich niemals da rauslassen. Meine Aggressionen lasse ich an der Handelbank raus. Wenn du sagst, wir nicht alle neu. So ist es, 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 so ist es. My dreams we're much to see. I'm not sure, but I'm not sure, but I'm not sure. I'm not afraid of the trio. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, ich kann es mir nicht geben, tatsächlich. Ich habe einfach die Leute geschuckt, so, weggeschuckt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber... Ja, man war halt drin. Und das ja auch mit völligem Respekt. Die machen das ja nicht, weil die Bock haben, dich zu verletzen, sondern einfach, weil das deren Ding ist. Dass da Leute wirklich so in so einem Keller sind, die sich dann so hin und her schu... Wie heißt das Wort? Schubsen. Schuksen. Was für Schuksen, du und... Schubsen. Schubsen und vorne ist jemand, der wirklich so dieses Schreien macht und so, ne? Das ist einfach nicht meine Welt. Meine Welt war's. Und man muss auch ehrlich sagen, Sascha, der wird was wirklich... Die Stimme, das ist... Also wenn wir nochmal überlegen, von Ave Maria zu dem jetzt... Alles heftig. ...mit der Band. Wir werden auf Tour gehen. Wir werden auf Tour gehen, genau. Ihr seid herzlich eingeladen. Also wirklich, Sascha, wirklich heftig. Mara auch ein heftiges Talent, sage ich ganz ehrlich. Alles krass gemacht und so. Aber es ist einfach nicht meine Welt. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, dass es nicht meine Welt ist. Genauso wie Schranz nicht meine Welt ist, ja? Aber dann sage ich auch ganz ehrlich, da gibt es wieder so andere, die sagen so, ich gehe zum Beispiel gerne nach Mykonos und höre Hausmusik. Dann sagen andere, Dicker, was für Mykonos, was für Hausmusik? Nicht meine Welt auch in Ordnung, versteht ihr? Und genau deswegen ist es ja so, äh... Ja, die Welt zu vielfältig. Unsere Metal-Tour. Und dann werden wir gemeinsam, ähm... Schwäbisch hell. Danke für die gute Übertragung. Das ist ein unglaublicher Job. Weil, wiederum, nur in einem Tag, ist wie Mission Impossible. Fragen Sie jemanden, wie ein Metal-Vokalist, oh, könntest du das in den ersten Tagen als wir selbst angefangen haben? Und dann sagen, no way. Also, ein unglaublicher Freundschaft. Du hast mich stolz. Danke für die Übertragung. Sehr gut. Meine Nase ist immer noch nicht so... Kreisklasse, danke dir für's Prime-Kuss. Hey, das war der letzte Job, Mann. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Riga, what a beautiful city. Danke für die Experience. Danke für die Reise. Jungs, danke, dass ihr da mit dabei wart. Es war mir wirklich keine Ehre. Ich kann jetzt auch gehen, oder? Ja. Ciao. Hey, 6 Länder, 6 Jobs. Richtig, richtig geiles Projekt, Digga. Ich hoffe, da geht's weiter. Es ist wirklich, äh, sehr, sehr, sehr nice. Grüße gehen auch nochmal raus an Mara. Es war sehr, 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 sehr geil. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Said she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. Ich weiß.